So Leute, ich bin wieder zurück, 30 Tage Challenge, 30 Tage, 30 Videos, jeden Tag ein Video. Heute wieder das Thema Antibabypille. Ich wurde wieder angeschrieben und mir wurde gesagt, Eugen kannst du vielleicht etwas zu Thrombose sagen und Antibabypille, weil ihr kennt mein großes Video über die Antibabypille, was ich gemacht habe, was sehr gut angekommen ist. Übrigens werde ich euch natürlich hier unten verlinken, das Hauptvideo. Und da habe ich halt über die ganzen Gefahren der Antibabypille gesprochen und wie ich das absolut unfassbar finde und in meinem Kopf nicht aushalten kann, wie Menschen das wirklich zu sich nehmen können. Aber wenn man mal überlegt, was das ist, man geht hin in eine Apotheke oder zu seinem Frauendoktor und dann holt man sich die Antibabypille. Was ist die Antibabypille? Das sind künstliche Hormone, Östrogene, viele verschiedene Stoffe sind da drin. Und diese sorgen dafür, dass du nicht schwanger werden kannst. Die greifen so massiv in dein System ein, dass du nicht schwanger werden kannst. Wie kann man sowas zu sich nehmen? Diese ganzen Östrogene, die da drin sind, die werden ja wohl irgendeinen Schaden bei dir machen. Die haben deinen Körper doch nichts verloren. Du nimmst von außen Hormone zu dir, weil das hört sich nicht gut an. Deswegen natürlich, also die Pille, das ist absolut unfassbar, meiner Meinung nach sowas zu sich zu nehmen. Und kann ich nicht verstehen mit keiner Faser meines Körpers. Aber da viele Menschen das nehmen, hier natürlich das Video dazu, wo ich auf die ganzen Gefahren eingegangen bin. Vor allem in diesem Video bin ich eingegangen auf das Thema Krebs. Vor allem Brustkrebsrisiko steigert man damit natürlich massivst, weil Brustkrebs ein hormonabhängiger Krebs ist. Und den kriegt man ganz genau davon, unter anderem davon, zum größten Teil davon, dass man extern Hormone zu sich nimmt. In dem Fall Östrogene bei den Frauen. Das kriegt man dann vor allem durch Milchprodukte und Allgemeintierprodukte. Da sind ja überall Östrogene drin, auch in einem Ei, auch in einem Steak oder so. Das ist ja tierisches Gewebe zu dir. Da sind Östrogene drin, wie in deinem Gewebe auch. Da ist ja kein Unterschied. Oder man nimmt mal halt direkt das Östrogenwasser, auch genannt Kuhmilch. Östrogenwasser. Kennt ihr meine Studien dazu, wo man getestet hat. Mensch trinkt Milch und wie verändern sich die Östrogenspiegel. Und deswegen das Thema Brustkrebs ganz groß in diesem Video mit, wie ihr sehen könnt, natürlich auch wissenschaftlich. Ich liefere immer Wissenschaft zu meinen Aussagen. Ich denke mir diese Sachen nicht aus. Hier ging es auch vor allem darum, es schädigt die Umwelt, weil die Metaboliten davon, wenn der Körper das abgebaut hat und sich die Struktur verändert hat, dann pinkelt man das aus. Und die Metaboliten, die machen immer noch Schaden. Die sorgen auch dafür, dass sich bestimmte Tierchen zum Beispiel, dass sie verweiblichen. Und die Wasseranlagen können das zum Teil nicht filtern. Das heißt, das geht wieder zurück in den Wasserkreislauf. Das trinkt man dann. Das sind zwar natürlich nur extrem geringe Mengen, aber trotzdem sollte man wissen, dass das im Umlauf ist. Und dann natürlich noch die ganzen Sachen Gewichtszunahme, Bluthochdruck, Übelkeit. Man muss mal bei einer Antibabypille den Beipackzettel aufmachen und mal lesen. Da steht drin, was man alles davon kriegt. Da steht drin, Thrombose, Übelkeit, Gewichtszunahme, Depressionen zum Beispiel. Einfach mal lesen. Steht da drin tatsächlich, weil die müssen das aufführen. Zu Thrombose kann ich natürlich auch was sagen. Hier habe ich Wissenschaft für euch rausgesucht. Thrombose ist so eine Sache. Thrombose sind Blutgerinnsel, die sich in Blutgefäßen bilden und dann sehr gefährlich werden können. Es ist tatsächlich so, ich gucke Starcraft 2, Turniere und da gibt es einen sehr, sehr großen Caster. Der heißt In Control. Und er ist gestorben letztens an einer Lungenthrombose. Also das war für alle absolut unfassbar, dass er daran wirklich gestorben ist. So ein riesiger Typ, so ein breiter Typ, so ein richtiger Schrank, ist gestorben an einer Lungenthrombose. Von daher, Thrombosen sind absolut gefährlich und damit ist nicht zu spaßen. Und das steht auch actually im Beipackzettel, also das Risiko steigt. Das müssten also alle Frauen schon mal kennen, das sowieso. Und wie hoch ist das Risiko? Kann man hier unter anderem lesen. Es verfünffacht das Risiko für Thrombose gegenüber den Frauen, die keine Pille nehmen. Also Verfünffachung, wie kann man so ein Risiko eingehen? Anders übersetzt, von 1000 Frauen kriegt es eine Frau. Also das ist viel von 1000, diese eine willst du nicht sein. Und wie ist der Mechanismus dahinter? Man geht davon aus, dass es die Östrogene sind, weil es ist bekannt, dass die Östrogene, also verschiedene Antibabypillen haben verschiedene Östrogene. Und abhängig von den Östrogenen, die die Antibabypillen haben, verändert sich das Risiko. Mit diesen Östrogenen hast du so ein Risiko, mit diesem Östrogenen hast du aber so ein Risiko. Deswegen gibt es da massive Unterschiede. Ich werde diese massive Unterschiede nicht aufzeigen, weil du kannst erstens in der Wissenschaft nachlesen oder ich unterscheide da nicht mehr, weil ich einfach sage, nimm es nicht. Egal was. Nicht diese Östrogene und auch nicht diese Östrogene. Es gibt andere Mittel zur Verhütung, was ich da absolut empfehlen kann, sind Kondome. Die kann ich empfehlen. Actually gibt es vegane Kondome. Normale Kondome sind nicht vegan. Ich werde euch vegane Kondome mal verlinken. Fällt mir gerade ein. Wurden auch actually sogar schon gekauft. Also ist anonym. Ich kann nicht sehen, wer das kauft, nur ich kann sehen, dass gekauft wurde. Und ja, würde ich auch kaufen. Absolut. Und auf jeden Fall. Niemals die Antibabypille nehmen. Das kann ich euch dazu sagen. Antibabypille, absolut furchtbar. Das ist eine ganz, ganz üble Sache. Vor allem, wenn man bedenkt, es gibt so viele verschiedene Verhütungsmittel. Und dass man sich da für diesen Weg entscheidet, weil dieser Weg halt der einfachste ist. Das ist halt wahrscheinlich auch ganz genau so eine mentale Geschichte. Man nimmt wieder das, was am allereinfachsten ist. Man will irgendwie keinen Stress haben, nicht groß drüber nachdenken und so. Ja, hast du, jetzt wollte ich sagen, das Gummi vergessen. Aber ich sage das Gleiche bei der Antibabypille. Die kann man auch vergessen. Und dann kann es ein Desaster geben, obwohl es auch die Pille danach gibt. Das ist eine Pille, die, wenn du vergessen hast zu verhüten, und es ist halt in dir drin. Und dann kann man zur Apotheke gehen und sich so eine Pille kaufen. Das ist eine Pille. Ja, und wenn du die dann zu dir nimmst, dann kannst du nicht mehr schwanger werden vom Samen. Deswegen, das gibt es auch noch als Variante. So ein Notfallding ist wahrscheinlich auch fürchterlich, fürchterliche Nebenwirkungen. Und von daher ist das natürlich auch eine üble Sache. Aber natürlich, das sollte man schon machen, wenn es wirklich ein Notfall ist. Und es ist aus Versehen passiert. Es kann ja auch das Gummi reißen zum Beispiel oder sowas. Gibt es ja alles. Und von daher, ganz, ganz wichtig, das zu wissen. Einfach niemals nehmen, Leute. Niemals nehmen, auch wenn es mega einfach ist, eine Pille einzuwerfen und danach brauchst du nichts mehr machen. Das ist halt dieses typische, immer wenn ich dann daran denke, eine Pille einwerfen, fällt mir immer McDougal ein. Oder Dr. Fate auch, die immer sagen, für alles immer eine Pille. Du hast das, nimmst du eine Pille. Du hast diese Beschwerden, nimmst du diese Pille. Ihr Cholesterinsenker, Blutdrucksenker. Heute will ich Spaß mit meinem Freund haben, diese Pille. Dann kann ich nicht mehr schwanger werden. Dann dafür diese Pille, für die Haut diese Pille, für die Haare diese Pille. Für alles eine Pille. Und das wird schief gehen. Das wird absolut schief gehen. Wie man hier an der Wissenschaft zum Beispiel sieht. So ein Risiko willst du garantiert nicht eingehen. Und das ist nur Thrombose. Die Liste für Nebenwirkungen ist lang. Deswegen, auf keinen Fall, Leute, auf keinen Fall, niemals, in keiner Situation mit der Pille anfangen. Ich weiß, dass die Frauendoktoren da natürlich was anderes erzählen und vielleicht einem sogar dazu raten, die zu nehmen. Aber man muss klug sein, Leute. Seid klug. Denkt nach. Ist das klug, so eine Pille zu nehmen, die verhindert, dass du schwanger werden kannst? Hört sich nicht klug an. Dass irgendwas so massiv in deinen Hormonhaushalt eingreift, dass du nicht schwanger werden kannst. Von daher, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kommt auf jeden Fall auf meinen Discord. Das wollt ihr nicht verpassen. Die beste und freundlichste vegane Community wartet da auf euch. Und falls ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das auch machen, indem ihr Kanalmitglied werdet. Und wir sehen uns im nächsten Video. Morgen. Morgen.